Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an, stecke deine Rute ein, ich will den Knasti gerne umschießen, mach endlich hier! Entschuldigung, wir sind wieder bei Let's Play Battlefield 3 Retarded Facecam Edition, weil ihr das so wolltet. Uiuiuiui, yeah, ich bin blind und der Basti auch, oder? Yeah, ich hab genickt. Ja, ja, hab ich ja nicht gesehen. Oh, mir ist schwindelig jetzt. Durchs Nicken? Ne, ich hab so ein, das war so ein, eher so ein Unendlich-Zeichen, was ich mir im Kopf gemacht hab. Oh, oh, nicht machen, ne. Ich drück die Leertasse. Ja, ab jetzt. Ich bin im Spiel, ich muss mir mal eben, so. Okay, ich fang an. Mhm. Ich schieße. Oh, ist ja noch ein bisschen. Ich bin gar nicht so weit von einer entfernt. Hm. Ich hab den Hahn gehört zu meiner Rechten. Ich hab den nicht gehört. Ich schieße? Ich auch. Ah. Ich bin in einem Haus. Okay. Ähm. Oh. Oh. Ja. Ja, du bist in einem Haus, das höre ich auch. Ich weiß aber nicht, ob ich... Sch... Schieße nochmal. Warte. Du bitte. Oh. Das... Oh, das klingt so krass nah. Ja, Mann. Scheiße. Scheiße. Fuck, ey. Komm, Stopp. Ich glaube, ich bin gerade an dir vorbeigerant oder sowas. Ich glaube... Das gibt's noch nicht. Ich warte drauf, dass ich das... ...den Sound höre, dass du gestorben bist. Wo bist du denn? Messerst du noch die ganze Zeit? Oh, wir sind vorhin weg plötzlich. Ah. Ja. Aneinander vorbeigemessert. Schieß nochmal. Okay. Du bitte. Na, komm her, Mäuschen. Oh. Du Motherfucker. Ich... Kann nicht auf dich zulaufen, doch. Schlepp doch. Das gibt's doch nicht. Wo bist du denn? Ja, wer... Wer hat wen? Oh, hast du mich hier? Ja. Nein. 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 Fuck you, Baby. Fuck you. Shit. So, ich... Selbstmord? Ja. 1 zu 0. So. Ich glaube, ich kann wieder einsteigen. Okay, ich steige ein. Ich bin auch drin. Okay, ich schieße. Oh. Schieß mal bitte nochmal. Ja. Ich bin auch hier wieder gespannt auf das Nachgucken. Wie wir gelaufen sind und so. Ja. Ich glaube, es ist froh. Ich fände hier nicht weiter. Hä? Lauf ich noch? Ja, das weiß ich auch. Schieß mal. Du bitte. Oh, da drüben irgendwo. Ich habe Munition eingesammelt schon wieder. Lauf ich oder? Schieß mal bitte. Es ändert sich nichts von der Entfernung. Also muss ich hier irgendwie. Oh, shit. Ich bin... Was? Ich bin raus aus dem Gebiet. Schieß nochmal. Schieß nochmal. Ich bin wieder drin. Ach, verdammt. Das wäre natürlich ein leichter Kill gewesen. Schieß nochmal. Oh. Du bitte auch. Basti. Da. Ich bin schnell nicht aus dem Gebiet gelaufen. Schieß nochmal. Moment. Lacht gerade nach. Schieß bitte. Sie sind schon recht nah, aber... Ich stehe irgendwo, glaube ich, an der Mauer oder irgendwas. Messerst du? Ja. Oh. Das ist wie so ein abgefahrener Messerkampf. Ja, Mann. Oh. Na, komm schon. Komm schon. Ich hab dich gleich. Ich hab dich gleich. Gleich. Da. 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 Ich hör dich doch. Ich hör dich dich auch. Fuck. Ich hab dich verloren. Siehst du? Warte, ich muss noch an. Krass. Du bist nicht da hingekommen. Nein. Nein, 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 nein. Das ist mein Kill, Alter. Ja, da wär ich mir nicht so sicher, mein Freund. Doch, doch. Oh. Stopp doch. Das weiß ich überhaupt nicht. Das ist die Mauer oder sowas. Scheiße. Irgendwas ist da, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Meinst du? Vielleicht ist es ein Zaun oder so? Das gibt's doch nicht, Mann. Ja. Ich glaube, ich hab dich. Ich hab dich, Ben. Nein. Ich hab dich, Ben. Nein. Ist das schon das 3 zu 0? Ne, 2 zu 0. 2 zu 0. Nein. Ich übergebe mein Selbstmord. Fuck. Auf ein neues gegen Basti. Shit. Okay. Okay. Ich bin drin. Ich bin auch drin. Du schießt. Ich schieß mal wieder. Basti? Ja. Ja, wir nähern uns. Immerhin. Ich lad schon wieder irgendwo gegen. Hm. Schieß nochmal. Du bitte. Du Arsch, Alter. Nein. Ja. Nein. Oh shit, das warst du. Ja. Ja. Puh. Dass wir es echt immer an diesen Mauern vorbeischaffen, das checke ich irgendwie so ganz. Keine Ahnung. Echt unglaublich, Mann. So, ich bin tot. 2 zu 1. Das ist eine spannende Runde. 2 zu 1, ja. Bist du soweit? Warte. Ja, ich bin drin. Ich bin auch drin. Du bist dran? Okay. Wir stehen uns. Also, ich kann genau in die Richtung laufen, glaube ich, in die ich geguckt habe. Keine Ahnung. Vielleicht kann ich nicht weiter. Schieß mal. Schießst du mal? Okay, ich kann nicht laufen irgendwie. Schieß nochmal. Ah, okay. Ah. Ich bin recht nah. Hm. Ich komme hier nicht durch. Ich latsche das auch irgendwo gegen. Verdammt. Verdammt. Ja, jetzt kann ich wieder laufen. Zieh's nochmal. Verdammt. Ich glaube, wir stehen uns genau an der Mauer gegenüber. Jeweils auf der anderen Seite. Meinst du? Nee. Ich kann hier nicht laufen. Nee, oder? Ja, doch. Irgendwas ist hier auf jeden Fall. Ja, ich komme hier auch nicht rum. Schieß nochmal. Jetzt bist du links von mir. No, das gibt es doch nicht. Ich komme hier nicht weg. Ich bin mir auch. Ich glaube, jetzt einfach mal in die Richtung. So, mal gucken. Ich komme hier nicht weg. Das ist hier abgefahren. Schieß mal bitte. Na ja, du bist gerade weggelaufen, ne? Ja. Ich höre Wasser. Ja, da ist er im Fluss. Ich bin im Wasser. Oh, ich bin... Ja, zurück. Ich komme hier nicht weg. Das ist ja... Schieß nochmal. Hm. Was war das denn? Was? Ich laufe hier anscheinend gegen irgendwelche Tonnen oder so. Schieß nochmal. Oh, okay. Scheiße, ey. Ich komme hier aber nicht weiter. Okay, wir sind nah bei einer... Die Frage ist jetzt... Das ist wieder Messerzeit. Oh. Hast du... Nee. Ich messe irgendwo gegen. Komm schon. Stehen bestimmt Mülltonnen oder sowas zwischen uns, Mann. Das hört sich so mit Teilen an, wo ich gegen messe. Oh. Nein. Oh. Das war nah. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung, Alter. Nee, ey. Irgendwas ist dazwischen. Ja. Äh. Ich weiß nicht, was es ist. Schieß nochmal. Okay. Hier ist immer noch was dazwischen. Alter. Das bringt auch nichts, wenn ich springe. Also ich komme da nirgends drüber oder so. Ich auch nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich lau nochmal wo ganz anders hin. Vielleicht komme ich dann von einem anderen Winkel zu dir. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Oh, shit. Nein, ich sterbe. Oh, doch. Ja? Alter, ich glaube, das war knapp. Weil ich bin eine Kurve in dem Zeug gelaufen. Dann ist es echt schwierig, wieder rauszukommen. Schieß nochmal, bitte. Oh, Moment. Du, bitte. So, halt in die Richtung. Unmöglich, Alter. Ich komme hier nicht raus. Ich weiß nicht, was es ist. Bestimmt stehst du zudem in einem Haus? Hört sich das an, als ob du in einem Haus stehen würdest? Nee, eigentlich nicht, oder? Schwierig. Ja, fast. Also, ja, doch. Kann gut sein. Schieß mal. Ja, ich bin in einem Haus oder sowas. Du mal, bitte. Ich bin jetzt auch irgendwo drin, glaube ich. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich hier irgendwo drin. Oh, ich raste aus, Alter. Ich komme hier nicht. Schieß nochmal. Oh, ich bin draußen. Oh. Wir hängen, glaube ich, wieder an der gleichen Stelle, Mann. Ja? Das klingt zumindest wieder genauso. Ja, das stimmt allerdings. Bist du links von mir? Ist das vielleicht so ein Carport? Ich... Keine Ahnung. Ich überlege, was es hier so gibt, was mit Teilen ist. Wir stehen bestimmt unter diesen großen... Äh, wir stehen uns direkt gegenüber. Meinst du? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Dann können wir uns ja eigentlich nur noch abschießen. Hä? Schieß mal, bitte. Ich muss Munition aufsammeln. Ah! Ich bin tot. Ja? Ich bin tot. Hab ich... Du hast mich hier erschossen. Ich hab dich... Ha! Wo stehst denn du, ey? Ha! 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 Shit, ey! Wo stehst denn du? Hier? Hier. Danke. Warte, 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 warte. Das ist ja so krass. So, erstmal hier Brille aufsetzen. Zack. So, schieß nochmal, schieß nochmal. Ja, ja. Äh. Hier liegen Munitionskisten rum, lustig. Schieß du mal bitte, damit ich dich auf dein Minimap sehe. Schieß du nochmal? Ja, ja. Geh mal weiter, geh mal weiter Richtung, Richtung, Richtung Fluss und dann... Alter, du musst hier genau dahinter gelegen haben. Äh... Warte mal. Schieß mal. Ja, Moment, ich... Ja, genau hier. Siehst du diesen, diesen hier, hier, diesen Wellblech? Genau. Ja. Da hab ich dich anscheinend durch erschossen. Probier mal, ähm, durchzuschießen. Hä? Schieß mal. Ach, hier. Ach, tatsächlich. Krass, die standen uns da gegenüber. Nein, ey, das ist ja so krass. Das ist ja so krass. Da habt ihr jetzt bestimmt gedacht, das würde jetzt für immer gehen, aber wir haben einen Bug-Using. Bug-Using. Aber ich hab gewonnen. Aber ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. High five. High five, mein Freund. Respekt. So, und weil es so schön war, schieß ich nochmal Ghost Legend in den Kopf. So, und damit haben wir jetzt hier ein Ende, was sich gewaschen hat. Warte mal, da möchte ich aber auch nochmal dem, äh, Opa Horst. Ja, äh, Horst. Weißt du, wo er ist? Ja. Ja. Der Ghost schreibt schon, Penner. So, warte. Vorsicht. Ja. Der, der, der achtet genau auf die Tür. Oh, das bin ich, das bin ich. Verdammt. Genau links, genau links. Ah. Ah. Nein, fuck. Ist auch krass, ne? Die sind die ganze Zeit anwesend anscheinend. Die haben auch irgendwie Langeweil. Ja. Tschüss, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, retardet. Und dann eventuell mit einem neuen Mode. Überlegen kannst du irgendwas Schlimmes. Ja, oder, äh, einfach mal, äh, ich gewinne für immer. Haha. 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 3, 2, 1. Haha. 4, 3, 2. Ja, oder, äh. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich neig. Ja, oder, äh, ich... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020